Oh mein Gott Leute, heute werden wir mal komplett übertreiben, denn es gibt einfach einen neuen Gratis Diamanten Special Skin für euch alle, denn ihr alle kennt ja das Gratis Glücksrad und an diesem lässt sich jetzt einfach mal ein neuer Gratis Special Skin freischalten und deshalb werde ich heute einfach ganze 100 Mal an diesen Gratis Glücksrad drehen und versuchen diesen neuen Special Skin freizuschalten. Also Leute, verpasst es nicht, lasst doch ihre 5000 Likes für dieses Video da, wenn ihr neu seid, abonniert den Kanal und jetzt ganz viel Spaß mit dem Video, wir fangen an, let's go! So Leute und damit erstmal willkommen zu diesem erneuten Stumbleguys Video, ich glaube ich brauche nicht viel zu sagen, man kann es unschwer im Hintergrund erkennen Leute, ich habe mir für dieses Video natürlich ganz viele neue Accounts darstellt, denn wir werden heute an dem neuen Gratis Glücksrad drehen, wo ihr auch schon im Hintergrund sehen könnt, es gibt einfach mal einen neuen Gratis Special Skin Leute. Ja Leute, ihr alle kennt ja diesen Blitzy Skin, der war ja der erste kostenlose Skin, den man hier freischalten konnte, mittlerweile sind das ganze zwei Special Skins, die man sich jetzt hier kostenlos freischalten kann. Ich würde sagen, bevor wir jetzt am Glücksrad drehen, zeige ich euch den Skin auch ganz kurz erstmal in der Skin Auswahl Leute. Also ihr seht, das war ja der allererste Gratis Special Skin und zwar war das der Bold Skin, der ist immer noch soweit ich weiß verfügbar, also hoffe ich zumindest. Also der war ja an sich ganz krass Leute, aber jetzt wurde neben den Captain Diamond Hood, den man sich ja kaufen kann, auch einfach mal der Diamond Demon hinzugefügt Leute und ich muss sagen, dieser Skin sieht auch einfach mal geisteskrank aus. Also ich finde im Prinzip, dass alle Diamond Skins einfach unheimlich heftig aussehen und das krasse ist einfach, dass sich diesen Skin wirklich jeder komplett gratis freischalten kann. Deshalb Leute, ich habe jetzt glaube ich schon viel zu viel gelabert, wir werden jetzt auf jeden Fall ganze 100 Mal an diesen Gratis Glücksrad drehen und schauen, was sich alles freischalten lässt. Deshalb würde ich sagen, lasst alle ein Like und ein Abo da, wir fangen an in 3, 2, 1 und der erste Spin am Glücksrad wird gemacht Leute, werden wir direkt den neuen Gratis Special Skin ziehen. Ich habe ihn gerade schon gesehen Leute und oh man kann sogar den anderen Skin immer noch ziehen, das ist halt unnormal krass. Ich meine Leute, wait. Heißt das, dass man sich aktuell einfach 2 Gratis Special Skins freischalten kann? Okay, das ist unnormal krass. Also Leute, ihr seht auf diesem Account haben wir es leider nicht geschafft, das heißt ich switch direkt über zum nächsten Account. So, wir sind auf dem nächsten Account und ich würde sagen, wir labern nicht lange, wir machen direkt den nächsten Spin am Gratis Glücksrad. 3, 2, 1 und let's go! Leute, ich hoffe so unnormal krass, dass wir es heute schaffen, den neuen Gratis Special Skin freizuschalten. Bitte drückt mir die Daumen und... Ja, okay, wir kriegen einfach 1 Dammetong, das war es komplett. Oh mein Gott, Leute. So, ich bin auf dem nächsten Account, Leute. Und auch da würde ich sagen, Leute, wird das Gratis Glücksrad gedreht. 3, 2, 1, let's go! Digga, Leute, ich sage euch ehrlich, ich habe noch nie so oft in meinem Leben am Gratis Glücksrad, glaube ich, gedreht. Digga, das ist einfach unnormal krass. Und bitte... Oh, 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 da ist ja... Nein, 1 davor, Bro, nein! Wir haben hier leider wieder noch 5 Champs bekommen, Leute. War eine sehr, sehr knappe Sache. Ey, egal, komm, direkt der nächste Spin. So, nächster Account ist am Start, bedeutet auch nächster Gratis Spin. 3, 2, 1, let's go! Und das nächste Gratis Glücksrad wird gedreht, Leute. Bitte jetzt, wir brauchen den Diamond Demon Skin. Bitte, Leute. Und... Was? Was? Nein! Nein, Bro! Ich sage euch ehrlich, Leute, es war so extrem knapp. Wir waren so knapp am Special Skin vorbei. Es wäre zwar auch nicht der neue Skin gewesen, aber trotzdem ein Gratis Special Skin. Naja, egal, ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Account. So, Leute, nächster Account ist am Start. Bedeutet gleichzeitig auch nächster Gratis Spin in 3, 2, 1... Und drückt mir alle die da auf! Nächster Spin! Und bitte, wir müssen jetzt... Wir müssen jetzt wirklich den Gratis Special Skin ziehen. Bitte, Bro. Und, 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 und... Ja, okay, es sind leider nur 10 Champs. Das war es komplett an der Stelle. So, Leute, nächster Gratis Spin. Ich würde sagen, wir labern nicht lang. Es wird gedreht. Und jetzt... Leute, ich glaube, meine Nase sagt mir, ich kann das riechen. Ich sage euch, ich rieche es. Jetzt kommt ein Special... Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Ich habe gar nichts gesagt. Also, ich weiß gar nicht, was ihr habt. Also, ehrlich nicht. Ich weiß nur, dass wir einen neuen Account haben und erneut am Glücksrad drehen. Und jetzt muss ich einfach mal sagen, dass ihr alle liken müsst. Mir wurde das zugeflüstert, dass wenn jetzt alle ein Like... Wenn alle ein Like, dann lassen wir jetzt Special Skin ziehen. Kommt schon, Leute. Wir brauchen jetzt den Special Skin. Bitte Special. Bitte Special. Ja! Es liegt nicht an mir. Ihr habt nicht alle geliked. Daran lag es. Ganz einfach. So, alle guten Dinge sind 23. Deshalb, Leute, versuchen wir es erneut. Und wir drehen wieder am Gratis Glücksrad. Bitte ein neuer Special Skin. Special Skin. Jetzt, Leute. Jetzt. Ich glaube, jetzt habe ich es im Gefühl. Und wir kriegen tatsächlich... Wir kriegen keinen Special Skin. Also, ich sage euch ehrlich. Das sind schon einige Spins, die wir bisher machen mussten. Also, irgendwie. Ich sage euch ehrlich. Es ist auf jeden Fall nicht so leicht, den neuen Demon Skin hier freizuschalten. Also, ich hätte ehrlich gedacht, nach so drei, vier Spins ziehen wir den. Aber es ist anscheinend doch nicht so einfach. Egal. Wir kommen zum nächsten Spin. So, nächster Spin steht an. Drei, zwei, eins. Es wird gedreht. Jetzt, Leute. Passt auf. Ihr müsst euch jetzt anschneiden. Alle anschneiden und aufgepasst. Jetzt kommt. Jetzt kommt. Ja! Ein Stammeltorgen. Ich schwöre, das Spiel will mich doch hops nehmen. Das soll nicht euer Ernst. So, Leute. Nächster Gratis Spin steht an. Ich werde heute so lange an diesem Glücksrad drehen, bis ich ein Special Skin bekomme. Ich sage es euch. Wir brauchen den neuen Diamond Demon Skin. Bitte. Ihr müsst die Daumen drücken, Leute. Komm schon. Ja! Ja! Ey, Bruder. Das ist doch ein Scam. Schon wieder ein Token. Hallo. Das gibt es doch nicht. So, meine sehr verehrten Damen und Herren. Jetzt aber. Jetzt wird hier am Gratis Glücksrad gedreht. Jetzt auf Ansage ein Special Skin. Auf keine Ansage. Ich wollte sagen, wir kriegen zehn Juwelen auf Ansage. Wir werden jetzt erneut drehen, bis wir diesen Skin ziehen. Ich sage es euch. Okay, jetzt. Anschneiden. Gut, ne. Drei, zwei, eins. Achtung. Oh mein Gott. Er kommt. Er kommt. Er kommt. Oh. Eins davor schon wieder. Bro, warum denn eins davor schon wieder? Ey, komm schon. Okay, Leute. Passt auf. Wir machen es jetzt ganz kurz und knapp. Ihr seht. Ich habe jetzt wieder zum zehnten Mal jetzt schon gefühlt einen neuen Account erstellt. Bedeutet auch ein neuer Gratis Spin. Wir müssen eine andere Taktik machen. Und zwar, bevor wir an diesem Glücksrad drehen. Ihr müsst einfach alle die Daumen drücken. Ihr müsst alle linke Hand, rechte Hand nehmen. Daumen drücken. Und passt auf. Wenn ihr es jetzt schafft, mit eurer Nase zu liken, dann zieht mir jetzt Special Skin. Auf Ansagen. Ihr müsst nur mit Nase liken. Ihr kriegt drei Sekunden. Passt auf. Drei. Zwei. Eins. Also, Daumen drücken und mit Nase liken. Passt auf jetzt. Passt auf. Ihr müsst mir vertrauen, Leute. Vertraut mir. Was ich nämlich eigentlich sagen wollte, ist, dass wir jetzt an diesem Glücksrad ein Gratis Special Skin ziehen. Das wollte ich eigentlich sagen, Leute. Passt auf. Wir werden jetzt den Special Diamond Skin ziehen. Okay, es sind leider wieder nur zehn Chaps. Bruder, das ist ehrlich nicht so einfach, da ein Gratis Special Skin zu ziehen. Das ist ehrlich schwieriger, als ich dachte, Bro. What the fuck? Warum ist das so schwer? Wir müssen es nochmal probieren. Vielleicht muss ich jetzt mit der Nase liken. Passt auf. Ich like jetzt mit der Nase, Leute. Drei. Zwei. Eins. Hier ist meine Maus. Achtung, es wird geliked. Und. Let's go. Like. 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 Komm schon. Special Skin. Special Skin. Special Skin. Okay, Leute. Neuer Versuch. Neues Glück. Wir resetten uns. Es wird erneut am Glücksrad gedreht. Und jetzt. Passt auf. Jetzt. Wir müssten jetzt einfach den beiden Special Skins ziehen. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Als wenn wir diesen Skin nicht ziehen, Bro. Was? Schon wieder nur Star-Betogens. Das geht nicht. Wir müssen nochmal eine Taktik machen. Die folgende Taktik lautet. Wir werden jetzt fünfmal klatschen. Ihr müsst jetzt alle klatschen, okay? Ihr müsst alle klatschen. Fünfmal. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Das waren die fünf heiligen Klatsches jetzt. Pass auf. Pass auf. Pass auf, Leute. Lacht mich aus, wenn ihr wollt. Aber passt auf. Jetzt. Pass auf. Jetzt. Passt auf. Ich sag's euch. Mann. Mann. Ich krieg einfach Mr. Bigfoot. Ich will doch einfach nur den Diamond Demon Skin haben. Bitte. Komm schon. Hallo. Okay, Leute. Komm. Nächster Versuch. Bitte jetzt. Also, Bro. Wenn das jetzt nicht geht. Also, ich glaub, Leute. Passt auf. Ich glaube, wenn wir jetzt alle... Wenn ihr jetzt alle mit der Nase abonniert... Wenn ihr jetzt alle mit der Nase abonniert, ziehen wir ein Special Skin. Passt auf. Okay, komm jetzt. Komm. Leute, wenn ihr abonniert habt, dann werden wir jetzt noch ein Skin ziehen. Es ist von euch abhängig. Es ist von euch abhängig, Leute. Und? Und? Was kann ich denn dafür, wenn ihr nicht alle abonniert? Anscheinend hat nur jeder fünfte abonniert. Das zählt da nicht. Also, ihr müsst schon alle... Alle abonnieren. Hey, Mann, kommt schon. Bitte. Okay, Leute. Das nächste Gratis-Klücksrad steht an. Bitte. Stumble-Geist. Bring mich jetzt nicht um. Woosa, wir drehen erneut. Drei, zwei, eins. Und let's go. Das Gratis-Klücksrad. Bitte, Bro. Gratis-Klücksrad. Bitte. Ich brauche den Diamond Demon Skin. Ich brauche den Diamond Demon Skin. Ich brauche den Diamond Demon und keine 10 Juwelen. Es ist ja cool. Wir drehen die ganze Zeit. Wir kriegen ja jetzt keine Scheißsachen. Scheißsachen, aber ich will den Special Skin haben, Bro. Bitte. So, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich habe keine Ahnung, wie viel Spin das jetzt ist. Aber egal. Wir werden jetzt drehen. Drei, zwei, eins. Und jetzt. Special Skin. Special Skin. Special, special, special Skin. Special Skin. Jetzt, jetzt, jetzt. Oder ein... Ja, ja. Bitte, 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 bitte. Nein. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ha, ha. Bro, es war so knapp, Bruder. Ich dachte wirklich, wir ziehen ihn. Ich dachte wirklich, wir kriegen ihn. So, Leute. Alle guten Dinge sind, äh, keine Ahnung, 100. Deshalb. Gratis Glücksrad jetzt oder nie. Wir liken nochmal mit der Nase. Der heilige Nasendrücker. Passt auf, jetzt. Jetzt. Stumble Guys. Der wievieles Win war das jetzt ohne Special Skin? Wie oft habe ich jetzt schon gedreht ohne Erfolg? Das ist... Langsam fühle ich mich gescampt. Die machen das mit Absicht, damit man jeden Tag online kommt und ein gratis Glücksrad dreht. Aber eigentlich zieht man gar kein Special Skin. Das ist nämlich eine dumme Masche von euch. Ihr wollt mich nämlich verarschen. Okay, Leute. Neuer Account. Ihr seht oben rechts. Der Demon dreht sich. Du wirst jetzt kommen. Einer von den beiden Special Skins wird jetzt kommen. Ich werde heute nicht 100 Mal umsonst an diesem Glücksrad gedreht haben. Das lasse ich nicht zu. Jetzt. Bitte, jetzt. Stumble Guys. Enttäusch mich nicht. Bitte irgendwas. Bitte irgendwas Gutes, Bro. Bitte irgendwas Gutes. Irgendwas Gutes. Und nicht wieder 10 Champs, Bro. Hallo Stumble Guys, Bro. Digger Leute, die wollen mich verarschen. Die wollen mich auf die Schulter nehmen. Ihr wollt mich doch glatt verarschen hier. Ja, okay. Wir kommen zum nächsten Glücksrad. Lasst euch was einfallen. Was auch immer ihr jetzt macht, macht irgendwas. Macht einfach alle irgendwas, was Glück bringt. Ist mir egal was. Kommt. Drei. Zwei. Eins. Bitte. Bitte jetzt. Wir brauchen jetzt einen der gratis Special Skins. Bitte. Bitte, Bro. Bitte, 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 bitte. Ist das euer Scheiß Ernst, Mann? Okay. Okay. Stumble Guys, ihr habt es nur gewollt. Ich mach jetzt. Ich mach jetzt Cheat Code. Passt auf. Bitte. Jetzt. Ich kann das nicht mehr. Okay. Alles, was wir bisher gemacht haben, hat nichts gebracht. Vielleicht, Leute, müssen wir irgendwas anderes machen. Ich weiß nicht, was wir hier machen müssen, damit wir diesen Skin ziehen. Dieser Skin ist verflucht. Äh, es ist, weil es der Demon Skin ist. Ich glaube, dieser Skin ist wirklich verflucht, Leute. Und ich weiß, das hört sich jetzt dumm an. Aber ich hab wirklich das Gefühl, dass das irgendwie oder allgemein die gratis Special Skins die seltensten Skins sind. Weil die, die kann man sich halt nicht erkaufen. Also, die kann man sich nicht kaufen. Die muss man halt wirklich gratis freischalten. Aber sie gratis freischalten ist gefühlt unmöglich, weil ich gefühlt schon 300 Mal gedreht hab und ich sie einfach nicht kriege. Kommt, wir drehen... Diesmal, ich red einfach nicht viel, ich drehe einfach. Ich sag einfach mal gar nichts. Okay. Anscheinend bringt das also auch nichts. Ich hab verstanden, Stumble Guys. Ich verstehe schon. Ihr mögt mich nicht. Ich hab schon verstanden. Aber wisst ihr was? Das ist mir so egal, dass ich direkt nochmal drehen werde. Und ich werde diesmal nichts auf mir sitzen lassen. Entweder ihr gebt mir jetzt ein Special Skin oder ich werd sauer. Also, überlegt euch das. Überlegt es... Überle... Überle... Ich kann das nicht mehr. Hallo, Stumble Guys. So, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir werden jetzt erneut drehen. Ich sag euch ehrlich, das wäre schon krass, wenn wir den Sinn jetzt endlich bekommen würden, weil dann wäre ich gefühlt der Erste, der ihn hat. Weil ich glaub nicht, dass nach einem Tag schon jemand diesen Skin sich freigeschalten hat. Und nein. Natürlich bekomm ich ihn nicht. Natürlich bekomm ich ihn nicht. Wir müssen jetzt irgendeinen... Wir machen jetzt irgendeinen geheimen Cheatport, Leute. Ich werd jetzt einfach irgendwas machen. Wir machen jetzt Sprache. Wir machen Sprache einfach jetzt auf den hier. Das ändern wir einfach mal auf Rot. Ich... Ich verklitsch das Spiel jetzt einfach. Passt auf. Jetzt. Passt auf. Jetzt werd ich ihn ziehen. Passt auf, Leute. So, jetzt, Leute, wo hier alles auf irgendeiner Sprache ist, die kein Mensch mehr versteht. Passt auf. Stumble Guys, hör mir zu. Du gibst mir jetzt diesen Skin. Hast du verstanden? 3, 2, 1, let's go. Jetzt. Jetzt aber. Bitte, komm schon. Bitte, 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 bitte. Ich werd das Spiel jetzt kaputt machen. Ich schwöre... Ich schwöre, Stumble Guys, ich werd dich jetzt kaputt machen. Pass auf. Okay, Leute, ich werd das Spiel jetzt zerstören, Junge. Ich werd das Spiel jetzt komplett zerstören. Jetzt hast du... Jetzt hast du mich bekommen. Ich werd alles verstellen. Ich werd alles kaputt machen. Alles. Egal, welche Einstellung. Ich werd alles verstellen. Hier, das machen wir runter. Das machen wir hoch. Ihr werdet es sehen, Leute. Ich werd das Spiel jetzt... Ich werd jetzt hier die geheimen... die geheimen Hacker-Einstellungen vornehmen. Passt auf. Das sind jetzt die geheimen Hacker-Einstellungen, die ich vornehme. Hier Häkchen rausnehmen. Patz. So. Passt auf, Leute. Das ändern wir nochmal. Das machen wir so. Jetzt denkt ihr euch, okay, was hat der gemacht? Das war der geheime Cheatcode, Leute. Denn wenn ich jetzt auf meinen Spind gehe, werdet ihr sehen, dass ich den neuen Diamond-Skin freigeschalten habe. Yeah! Stumblegeist, ich hab dir gesagt, du machst das nicht mit mir. Du hast gedacht, ich lass das mit mir machen, aber nein. Ich habe mir den Diamond-Demon-Skin freigeschalten. Wie genau ich das gemacht habe, bleibt mein Geheimnis, aber ich hab ihn. Ihr seht es, Leute. Da ist er. Oh mein Gott. Ich hab wirklich gehofft, dass wir wenn wir an diesem Gratis-Glücksrad drehen, diesen Skin freischalten, aber ich glaube, es ist unmöglich. Ich glaube wirklich, dass es unmöglich ist, Leute. Und ich muss sagen, Leute, er sieht schon sehr, sehr krass aus. Also ihr seht auch hier in der G-Animation, der Skin sieht einfach geisteskrank aus, Leute. Aber egal, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Ich will euch jetzt nicht die Hoffnung nehmen, diesen Skin freizuschalten, aber ich sage euch so, wer von euch diesen Skin hat und ihn freigeschalten hat, der hat offiziell wahrscheinlich den seltensten Skin aller Zeiten. Leute, ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach unten, abonniert den Kanal. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen. Bis dann. Ich bin raus. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017